Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 4 Assetment Ada. Ich habe das vor Jahren mal gespielt, das Assetment Ada, und zwar auf der Playstation 2. Und ich kann mich nicht so recht erinnern, worum es da ging. Auf jeden Fall sind wir da mit Ada auf der Insel, da wo wir den Leon hinbringen, um Ashley zu retten. Und mal schauen. Let's go. Ist bestimmt so eine kleine Mission, wie ich denke. Spielstart, natürlich, du. Assetment Ada. Oh, keiner hat ja gesagt, Assetment. Dann soll ich es. Ladevorgang. Hast du die Sample? Nicht noch. Niemals Schmerz? Sadler. Er weiß. Ah, dein Extraction Chopper wird dich auf dem Rendezvous-Port, wie geplant. Ich werde da sein. Auftrag 5, Plagerproben sammeln und zum Trepppunkt gehen. Okay. Wir haben hier eine Panischer TMP-Zielfernrohr. Haben wir das überhaupt? Ja. So. Ah, wir müssen fünf Proben, fünf Proben, fünf Proben, fünf Proben des Las Plager Parasiten sammeln und dann ab zum Abholort. Auf geht's. Auf geht's. Ah, da sind welche, ne? Headshot. Hey, die hat sogar die, ähm, den Schmetterling hier an der rechten Schulter, wie ihr sehen könnt. Bleibst du mal stehen? Äh. Hoch mit uns. Also so hochkommen will ich auch mal. Äh. Hat die gar nichts? Oder? Wie nutzt man die? Hä? Die hat kein Messer oder so ähnliches? Oder sowas ähnliches? Nein? Das ist aber sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, wenn man hier speichern könnte, könnte man das? Kommt jetzt kein... Oder? Ah, ich wusste es, ey. Ich wusste es. Verdammter. Bleiben wir erstmal hier und schießen wir. Ey, was weiß ich nicht. So, nachladen. Wir benutzen erstmal das. Und jetzt die TMP. Was muss das sein? Natürlich muss das sein. Oh, fuck, Alter. La, 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 la. Ich lieber erstmal alles aufsammeln, ne? Puh, den hätten wir geschafft. Scheiße. Scheiße. Hä? Ist doch geschossen. Eins. Hier der nächste. Zwei. Noch einer. Oh. La, 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 la. La, 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 la. Ja, komm. Miet mich. Doppelgänger hier. Zwillinge. Ah, Mann. So. Eins. Zwei. Hätten wir es. Yep. Hier kriegt man nur Munition und keine... ...kein Geld. Komisch. Oh, Mann. Verdammt, ey. Ich hasse das. Bleib doch einfach drin. Heilung. Munition. Hey, da ist ja auch was. Ah, Heilung. Okay, vielleicht auch bei der linken Seite. Ne, bei der rechten. Ich ziel mal. Zielen und schießen. Wer ist das? Oh, ja. Ich zieh mal selber. Ich mach' ein Kerl. Ich mach' ein Schmottel. Oh, ja. So. Ah. Es ist keiner mehr da. Okay. Kein Gegner mehr da. Hier ist rotes Crown. Oh, der Roter Crown da. Und nach oben mit uns. Äh? Ach ja, stimmt. Wir können jetzt nicht... So unlogisch, ne? Wieso hat die keine Waffe... Äh, Messer oder so? Wieso? Gibt es hier eigentlich was? Nein! So. Na verdammt, hab ich nicht gesehen, komm her. So. Gehen wir mal dort rein. Okay. Hier ist nichts, da ist was. Und was finden wir hier? Vielleicht die erste Probe, oder? Dann nehmen wir eine Handgranate. Ich dachte wir finden hier die Probe. Scheiße. Oh, das took me out of the light. Nein. Gelbes Kraut ist auch wichtig. Ohne das gelbe Kraut würde ich alles zusammen mischen. Und einen kleinen Heilungsbalken. Neu herstellen. Ah, 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 ah. Schämlich. So geht das nicht. So geht das nicht. So. So? Hä? Oh, ja. Heilen wir uns. Das ist super wichtig. So. So geht das nicht. Äh, dumm! Nein! Warum?! Ist hier noch eine? Oh Gott, da ist eine! Da ist eine! Lauf, 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 lauf! Ist hier noch eine? Oh nein, das ist doch... Wo ist er jetzt? Ah! Ja, ich brauche aber Heilung und keine Munition jetzt gerade. Verdammt, ey. Hier vielleicht? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, ich muss gleich schnibli schnibli machen. Mal schauen, wer schneller schnitzt. Oh, ich. Von wo aus kommen die jetzt? Hinter mir oder? Oh ne, da ist einer. Hinter mir ist keiner. Okay, gut. Alles klar Leute, wir sehen uns gleich zu einem neuen Part. Resident Evil 4 Assignment Ada. Nun kann ich es endlich sagen. Yeah. Bis gleich.